Jo Leute, was geht ab? Und willkommen, wir reagieren jetzt auf Cedo. Und zwar 6 Jungs blind daten mit Marta. Du hast hier ein Haar. Ja, ey, zieh das mal bitte ab. Ja, von Lumi. Ja, Lumi. Da verliert mir jetzt halt so viele Haare, ja. Naja, whatever. Let's go. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblind datet. Wir haben 4 bezaubernde Kandidaten hinterm Vorhang. Heute machen wir eine schnelle Runde. Und eine tolle Teilnehmerin, die ich euch jetzt im Trailer einmal vorstelle. Hier kommt Marta. Wir hatten wohl noch nie eine Kandidatin bei uns, die so viel vor und während des Drehs gelacht hat, wie sie. Marta ist eine absolute Frohnatur und sie selbst legt großen Wert auf Fitness, das Gym und darauf ein glückliches Leben zu führen. Ja, das wollte ich sein. Ich wollte auch so Gym und so durchziehen. Bro, was ist los mit mir? Ich zieh eigentlich alles immer durch. Guck dir den Scheiß an. Ich sitz hier mit dir. Im Gym anzutreffen ist, hat sie dort leider noch nicht ihren Traummann gefunden. Doch mal sehen, ob wir das heute ändern können. Das ändern wir schnell. Ja, die ist voll hübsch. Hallo. Alles gut? Ja, voll. Kölnerin, ne? Ich bin völlig gespannt, ja. Hattest du eine weitere Anreise? Uber. Ich kriege ein bisschen FOMO im Stadtkern. Ich bin ehrlich, deswegen eine schöne 20.000 Euro. Bist du ein bisschen außerhalb? Ja. Hm, okay. Ja, ja. Tut mir besser. Du bist Single? Ja. Wichtig. Wie lange? Seit März. Seit März. Also gar nicht so lange. Nee. Oder sie ist seit gestern Single, sie ist direkt bei Blind Day. Ja, aber ist eh noch wegen Unterhaltung. Glücklich. Happy. Ja. So wie es ist. Okay. Wir checken mal ab, weil vielleicht haben wir heute einen passenden Jungen für dich hier am Start. Brauchst du einen Jungen oder brauchst du einen Mann? Einen Mann. Ja? Gerne einen Mann. Ja? So einen richtigen Mann. Ja, ja. Wie stellst du dir so deinen, wie ist so dein Typ? Gerne. Ich stelle vorher, die sagt, Mann, ja, kennen Mann. Drei Jungs verlassen schon mal hinter der Gardine. Älter, weil ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ich habe keine Energie dafür, jemandem seinen Selbstwert zu schenken. Ich hoffe, wir haben Ältere dabei. Ja. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja. Wir gucken uns mal die Schuhe an und dann. Vielleicht sind die auch weit für ihr Alter. Das kann sein. Wir müssen. Sehr selten der Fall. Leute, was sagt er noch mal? Da auf die Schießsätzen. Also wie viel jünger sind Jungs immer? Fünf oder drei Jahre? Fünf. Im Kopf immer grob fünf Jahre. Fünf? Ja, fünf Jahre, wirklich. Deswegen sagt man ja auch, mit 25 und nimmst einen 30-Jährigen ist das eigentlich ideal. Echt jetzt? Wirklich. Nicht drei? Guck, die sagen auch alle fünf. Ja, ja, guck, wirklich. Oh mein Gott. Mal gucken, was die so für Antworten von sich geben. Runde eins. Du darfst dich einmal umdrehen. Wir haben Schuhe am Start. Wir haben keine Birkenstocks. Ich habe schon in deiner Story gesehen, du hast irgendwas mit Birkenstocks. Musst du mir jetzt mal erklären. Ja, irgendwie finde ich es entspannt. Monze gerade so. Trill me like white tea. Don't get me dirty. Der trägt immer Birkenstocks. Ich würde gerne mit dem Typen surfen gehen. Eigentlich genau die gleichen, die wir tragen. Ja, die sind auch, ey, Leute, that's not a scam, ne? Nein, die sind wirklich, also viel zu teuer, aber richtig, richtig, also Qualis krank. Hammer. Ich würde gerne ein bisschen reisen. Brauchst du so einen Bali-Boy? Ich würde gerne mal nach Indien. Was? Schauen wir mal. Nee, nee, würde ich gerne mal machen. Ich finde das sehr, sehr frustrierend, immer nur die privilegierte Seite der Welt zu sehen. Deswegen, mit Birkenstockmenschen, glaube ich, kann man gut mal nach Indien reisen. Wenn ich jetzt Nummer fünf wäre so, dann wäre das ein Vorteil. Wäre ein Vorteil, ja. Aber ich habe jetzt auch keine freshen Birkenstocks an, muss man dazu sagen. Ja, scheiße. Hast du sonst irgendwas zu den Schuhen zu sagen? Ich glaube, drei und vier finde ich am besten. Mhm. Zwei. Aber warum sind so wenige? Ich wollte gerade sagen, da steht sechs, Jungs, bleibt ja in den Namen, es sind nur vier. Hä? Hä? Hm, das stimmt fast nicht. Mir ein bisschen Vanity-Vibes. Ich habe doch gesagt, als sie gesagt hat, älter sind zwei gegangen, das war keine Lüge. Die haben auch ihr Zettel auf dem Boden mitgenommen. Vanity-Vibes? Ja. Mir gibt es so Bones MC-Vibes. Ja, ich verstehe, was du machst. Aber ich bin auch kaum in Vanity. Wann war es das letzte Mal? Und eins ist neutral. Weißt du noch, wann das letzte Mal in Vanity warst? Ja, vielleicht so vor einem Jahr. Du bist eher so Flamingo wahrscheinlich, ne? Ich bin mehr so zu Hause chillen. Ich gehe nicht gern aus. Du bist schon eine Granny, würdest du sagen. Ich bin eine absolute Granny, ja. Alter, die hat ein schönes Zeitbuch für Leute. Guck mal ihre Nase an. Ich schwöre, die ist so süß. Die ist echt voll hübsch auch, ne? Vielleicht auch ein Granddad. Wie sagt man das? Ich würde es lieben, ich würde es lieben, aber er kann auf Feiern gehen. Das ist mir total egal, aber ich muss ja nicht mitkommen, ne? Okay. Du hast uns bestimmt eine Frage mitgebracht. Also, ich bin ehrlich mit euch. Name ist mir relativ egal. Heißt, wie ihr wollt. Olaf. Ich habe da mal direkt eine Deep-Dive-Frage. Deep-Dive, okay. Dann fragst du erstmal weiter. Das können wir klicken. Wie zufrieden seid ihr mit euch und mit eurem eigenen Leben? Und falls ihr nicht zufrieden seid, was fehlt euch? Ich bin nicht zufrieden. Dazu. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Egal, was schiefläuft. Ich denke nicht, oh mein Gott, das läuft schief. Sondern ich denke mir, früher oder später läuft das für mich gut aus. Verstehst du? Deswegen, wenn Probleme kommen, ich denke mir, hier ist das. Hier ist das. Ich wollte doch das machen. Denke ich mir, das hat alles seinen Grund. Früher oder später läuft es eh für mich gut aus. Checkt ihr? Wow, super. Ja, so versuche ich ja zu denken. Aber dann weine ich in meinem Bett, ne? Weine ich in dem Raum. Ich glaube, diese Motivationsrede habe ich dir heute gegeben und so. Na, du, heute war ich ein bisschen deprimierlich. Ich war ein bisschen down. Du hast mich noch downer gemacht. Du hast mich gar nicht aufgebaut. Nächstes Mal, ich rede lieber mit Lumi. Hey, warte mal. Ich rede lieber mit Lumi. Ich habe dir gesagt... Du hast so Bullshit-Dings gegeben. Warum? Ich habe Katastrophen. Moment, du bist mal ernst. Ich meine es gerade auch ernst. Ja, ich meine es gerade ernst. Normalerweise gibt es so gute Dinge, deswegen rede ich gerne mit dir. Aber heute, ich sage dir, guck mal, das, das, das. Ich weiß auch, dass meine Schuld ist, dass ich zum Beispiel das nicht gemacht habe. Du sagst so, ja, halt so, mach so, mach so. Ich meine, die ganze Zeit so, Bitch, das sagt man nicht. Man sagt, chill, wir machen das. Aber was habe ich noch gesagt? Ich habe gesagt, du fokussierst dich auf die falschen Dinge. Fokussier dich mal auf das Positive. Das habe ich aufgezählt. Bla, bla, bla. Vergisst du, gell? Geht hier rein, geht da raus. Ja, fokussier dich auf das Positive. Okay, wo kannst du dich sonst so reinstecken? Was du alles davor gesagt hast, habe ich mir gemerkt. Okay, das ist eine gute Frage. Erzählt mal so ein bisschen über euch und beantwortet damit auch die Frage. Bin ich mal gespannt, was jetzt für Antworten kommt. Nummer 1. Ja, also ich meditiere ab und zu auch mal ein bisschen. Und ja, gehe gerne spazieren. Auch gerne in den Wald. Und ja, ich fühle mich sehr wohl in meinem Leben. Ja, Mensch. Das klingt auch wunderbar. Das klingt wunderbar. Nee, das klingt toll. Okay, also bist du zufrieden mit deinem Leben? Gibt es was, was du gerne ändern würdest? Hast du also tatsächlich gemacht? Das ist schon ganz so. Boah, wo soll ich es denn machen? Ich schütze es. Ich schütze mir eben Schmogen. Ja, oder ich auch. Wir sind halt Schmogen. Und ja, die geben mir halt einfach sehr, sehr viel Kraft. Und ja, ansonsten bin ich auch gerne mal unterwegs und reist gerne. Ich war vor einem Monat in Barcelona gewesen. Und ja, genau. Okay, danke Nummer zwei. Ja, zufrieden bin ich. Habe einen tollen Job. Und da... Was hast du denn für einen Job? Genau, was machst du? Ich bin Spedizionskaufmann. Arbeite in Bornheim bei einer Firma. Wo ist das? Bornheim ist auch in der Nähe, ne? Richtig, Richtung Bonn. Richtig, Richtung Bonn. Richtig, wollte ich gerade sagen, Richtung Bonn. In der Freizeit tatsächlich gehe ich weniger feiern. Aber brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Aber auf der Arbeit? Auf der Arbeit haben wir ein lockeres Verhältnis. Weil du gesagt hast, in der Freizeit nicht feiern. Aber auf der Arbeit feiern. Okay, sie ist eine Süße. Sie ist eine Süße, aber mit den Witzen überlasst das uns. Lass den Witzen überlasst das uns. Gott. Ja, nee. Okay. Mir fehlt nicht viel, um gutes Leben zu haben. Und gehe auch gerne spazieren. Also ich bin... Klingt normal. Hey, wir haben hier richtiges Lief-Haus am Start. Ja, auch. Ich bin mal gespannt, ob gleich noch so einer kommt. Ja, Bruder, ich rappe bald kommt das erste Album. Das wäre auch geil. Nummer drei. Also ja, ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Leben. Weil ich unter anderem auch viel Zeit mit meiner Familie verbringe. Sehr viel Sport treibe und dort halt auch Erfolge sehe. Was für Sport machst du? Fußball und Fitness. Und das ist einfach auch, weil ich reisen gehe sehr viel. Das sind einfach Dinge, die mir Spaß machen in meiner Freizeit. Bist du schon mal ein Fußballerfreund? Nee, ist mir aber eigentlich... Also solange ihr keine Bodybuilder seid. Ich habe ein Trauma. Ich möchte nicht kochen für fünf. Achso, diese Chicken, Reis, Brokkoli. Ich würde gerne mit euch kochen. Deswegen, solange ihr auf euren Körper aufpasst, all good. Okay, Nummer vier. Ja, auf einer Skala von eins bis zehn bin ich so eine acht bis neun zufrieden mit meinem Leben. Es geht meiner Familie gut, es geht meinem Patenkind gut. Mir geht es selber auch gut. Ich wohne in einer schönen Wohnung, sportlich läuft es super. Was machst du für Sport? Ich spiele Eishockey. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Oh, also beruflich. Ja. Nicht schlecht. Also ich bin Spieler und Trainer im Eishockey-Bereich. Und bin noch Betriebsleiter in einer Eishalle. Also ich mache irgendwie so alles. Hm. Morgens im Büro und abends auf dem Eis. Nicht schlecht. Jetzt habe ich eine Frage, ne? Ein Hustler. Ein wahrer Hustler. Ey, jetzt letztes Jahr ist dieser Trend ausgebrochen, dass wieder jedes Influencer-Girl auf Schlittschuh-Basis unterwegs ist. Gehörst du da dazu? Nee. Nee. Das hat sich nicht aufs Eis getrieben. Nee. Im Winter. Keine Ahnung, aber wir waren Schlittschuh fahren. Ich glaube, das meint er. Jeder aufs Schlittschuh fahren gegangen. Aber es geht jeder mit der Schlittschuh fahren. Also die meisten. War super geil. Ja, oder wie meint er das? Dass man plötzlich damit anfängt oder wie? Check ich gerade nicht. Nee, dass man halt viel fährt und so. Dass man da so TikToks dreht auf dem Eis und so, glaube ich, wird oft gesehen. Achso, ja. Ja, solche Opfer waren wir auch. Ja, ja, safe. Alles, was da ist. Das ist echt ausgebrochen, ne? Also es ist wirklich eskaliert. Ja, eine Freundin von mir macht das. Aber ich bin auch ehrlich, ein Elefant im Porzellanladen. Tanzen und ich bitte nicht. Kannst du nicht tanzen? Nee. Das ist ja echt schade. Ich habe echt ein Taktgefühl von einem Elefanten. Das bin ich. Tutti hat von einem Roboter ein bisschen. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm, weil Honda sagt immer, guck mal, du hörst doch den Takt und so. Geh doch einfach mit. Aber ich höre keinen Takt. Zum Beispiel, wenn der Takt so ist, dann dein Körper bewegt sich automatisch dazu. Aber Tutti ist so, hm, was? Aber weißt du, warum? Ich denke so viel nach. Ja, nee, das ist das Ding. Tutti denkt wirklich so viel nach. Und das ist eigentlich geil, weil eigentlich, sie könnte ein Taktgefühl haben, hätte sie kein Gehirn. Ich schwöre, sie hätte ein besseres Taktgefühl ohne ihr Gehirn. Sondern sie denkt die ganze Zeit nach. Zum Beispiel, während ich ihr sage, fühl doch einfach mal. Sagt sie, ah, ich muss noch Papiere machen. Also warte mal kurz. Und dann kommt sie aus dem Takt. Tutor-Bot, ja. Nicht so wie alle, sondern so anders. Wenn alle beim Konzert geklappen. Oh, das kriege ich hin. Okay, das kriege ich hin. Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Das kriege ich noch hin. Das kriege ich noch hin. Nee, dann ist ja gut. Okay, die Antworten waren alle relativ irgendwie süß. Wie würdest du denn, also ich frage jetzt mal dich, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Ja, die Frage hat ja irgendeinen Hintergrund. Hast ja irgendwie wahrscheinlich dir was dabei gedacht. Also für mich, ich trenne halt immer Zufriedenheit mit Glück. Und Glück hat halt für mich was mit Up und Downs tun. Also Glück kann ich existieren ohne. Ey, ganz kurz. Ich habe ja jetzt eben im Stream, also falls der Stream später online kommt auf YouTube und ihr guckt euch den an, dann hört euch auch die ganzen Storys an. Die waren sehr witzig. Das ist ein gutes Gummibärchen. Und ich hatte erst da erwähnt, dass wenn man glücklich sein will, selbst drüber entscheiden muss. Es hängt meistens so von dir ab, ob du glücklich sein willst oder nicht. Und nicht von, wenn ich das arbeite, wenn ich das erreicht habe, wenn ich so viel Geld habe, weißt du was ich meine? Ja, voll. So, und ich habe aber jetzt gesagt, momentan bin ich nicht zufrieden, weil ich schwöre, und das weiß Hanna auch, ich gebe mein Bestes, um happy zu sein, glücklich zu sein. Und es klappt ja auch, gell? Aber mir werden so viele Steine in den Weg gelegt. Das ist das Problem. Dass ich irgendwann, ich kann nicht mehr. Voll. Du, ich will happy sein, dann kommt das. Ich kann nicht, Bro. Ich habe das Gefühl, uns passiert eine gute Sache und dann zehn schlechte. Aber man muss sich dann wirklich auf die guten Sachen fokussieren, Leute, wirklich. Eine Ekstase. Es war das Phasen. Und für mich ist zufrieden halt was, was nicht mit externen Faktoren zusammenhängt. Und ich glaube, dass jemand, der zufrieden ist, relativ sich schon mit dem Leben beschäftigt hat. Und ich habe einfach wirklich keine Energie mehr, mich mit Menschen zu beschäftigen, die sich noch nicht so richtig mit ihrem eigenen Leben beschäftigt haben. Die noch nicht angekommen ist. Fühle ich. 100 Prozent. Ich schwöre. Leute, die nicht einmal so ein bisschen über das Leben nachgedacht haben, wer sie sind, was sie machen wollen, wie man glücklich wird, mit sich selbst beschäftigen, mal allein auch was so unternehmen und so. Weißt du, was ich meine? So diese Selbstfindung. Ja, ich finde auch allgemein. Ich kann nicht, gell? Ich finde auch allgemein, wenn Leute nicht selbstreflektiert sind, kannst du auch mit einem Schimpansen chillen. Ja, das ist ganz schlimm. Weil das musst du einmal, was das einmal im Leben, du musst einmal damit anfangen und du musst es dann auch bis zum Ende durchziehen. Ja, auch allgemein, Selbstreflektion sagt so viel über einen aus, wisst ihr? Deswegen, die Frage ist mir super wichtig, weil ich halt einfach niemandem seinen Selbstwert und seine Selbstliebe schenken kann. Und jemand, das in seiner Beziehung eigentlich, finde ich, auch nicht unbedingt von dem Gegenüber abhängig machen sollte. Okay. Ja. I see. Ich verstehe. Ich habe da mal eine ganz dumme Frage. Ja. Ich bin dafür, dass ich mein T-Shirt wechsle. Wir machen eine kleine Werbeunterbrechung, liebe Freunde. Hört euch meinen Podcast an. Hä? Die ist ja voll süß. Die ist voll süß. Eigentlich hätte sich kein Mädchen so getraut. Nein, die ist ja voll sympathisch. Ich beste Fremde auf allen Plattformen, aber auf Spotify gibt es das Ganze natürlich als Videopodcast. Ist ein Traum. Macht das. Weißt du warum? Guckt euch den an. Guck mal, niemand hat gesehen, dass sie unter den Achseln schwitzt und sowas ganz normal ist und so. Und wir schwitzen auch gerade so. Guck mal, Zell ist auch die ganze Zeit so am T-Shirt wackeln. Ja, es ist halt momentan richtig heiß. Vor allem so nach Halle, ja. Ja, mit den Lichtern und sowas. Aber sie denkt sich, bevor der Erste rauskommt, weißt du. Ja, und du so machst, ja. Ja, und dann vielleicht dein T-Shirt oder so danach nass ist, weißt du. Wir sind zurück aus der Werbung, liebe Freunde. Mit einem neuen Outfit. Das ist besser, das ist besser. Ja, tut mir leid. Alles gut. Das sieht auch besser aus. Alles entspannt. Ich hoffe, du hast hier, während du in der Umkleidekabine warst, im Backstage, in unserem Backstage, wo auch der Champagner kühl gelagert ist, hast dir ein bisschen Gedanken gemacht. Ja. Ich habe gemerkt, dass du bei Meditation warst, irgendwie positiv. Meditation bin ich dabei. Können wir machen. Gerne am Strand bei Sonnenuntergang. Die Eins ist schon mal auf jeden Fall safe. Und die Vier fand ich auch ganz interessant. Ja, einfach Multimillionär. Und Drei. Den finde ich auch interessant. Bro, das geht also. Ich mag das, wenn Leute ihr Hobby zum Beruf machen. Weil ich kenne genug unzufriedene Menschen mit ihrem Beruf und die gehen dann dahin, 9-to-5 und kommen wieder und haben so eine Fresse. Deswegen, ehrlich gesagt, ich glaube, Drei war der Speditionskaufmann. Kann ich nicht mit viel anfangen. Deswegen, ja, ich glaube, den würde ich jetzt mal rauswählen. Nummer Drei. Komm gerne einmal zu uns nach vorne. Das war aber falsch. Ach so. Ach so. Nummer Zwei war das? Ja. Ja, dann die Nummer Zwei. Nummer Zwei. Geh einfach, du lass dich. Ich wollte auch gerade sagen, das war nicht der Dritte. Sorry, sorry, sorry. Nummer Zwei. Was geht ab? Nicht viel. Ah, die passen auch nicht. Nein. Ja, nee. Markus, was läuft? Ach, nicht viel. Markus ist ein bisschen aufgeregt. Der kommt raus, der macht so, was geht. Anstatt er sagt, nichts bei dir, Bruder. Macht er, nicht viel. Nicht viel. So richtig schnell. Ein bisschen aufgeregt, aber ja. Ich auch. Ist okay. Darf man sein. Ein bisschen schlecht beantwortet. Naja, alles gut. Also wir müssen immer irgendwie jemanden rauswählen. Natürlich, natürlich. Das ist natürlich, der Erste hat immer Arschkarte, sage ich in jedem Video. Da kann man nicht viel machen. Ja. Aber erzähl uns noch irgendwas Gutes über dich. Boah, bin vor eineinhalb Jahren nach Köln gezogen. Ach geil, frischer Kölner. Quasi. Hast du Karneval mitgemacht? Hab ich. Hast du gefühlt oder eher nicht? War mir ein bisschen zu viel. Ich bin nicht. Ich habe den 11.11. mitgemacht. Aber jetzt hier so Rosenmontag, da war ich mal aus. Also ich bin jedes Jahr raus. Ich bin sogar immer, ich gucke immer, dass ich wegkomme. Ich fahre in Spa. Spa. Ich war in Amsterdam dieses Jahr. Ja. Wo waren wir in Karneval? Danke dir fürs Wissen. Wahrscheinlich zu Hause. Danke. Ciao. Wenn die Technik wieder versagt. Leute, wo wart ihr dieses Jahr in Karneval? Ich habe Karneval, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen. Hä? Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ach, wir waren in Barcelona. Ja. Deswegen haben wir es nicht mitbekommen. Das sind die Rich-Dicker. Nur reiche Leute schnipsen. Fühlst du dich schlecht? Nee, ist okay. Ist okay? Ich wollte gerade sagen, du verstehst das Format, das freut mich. Ja, es muss ja jemand rausfliegen. Ah, scheiße, sorry. Sorry, sorry, sorry. Nee, wir müssen hier knallhart machen, liebe Freunde. Ja, ich meine, ich will hier doch vielleicht mal jemand netto kennenlernen. Guck mal. Runde Zwalz. Oh mein Gott. Der kommt gerade um, der war so. Ja, ja. Du darfst nicht umdrehen, wir sehen Hosenbeine. Boah, das finde ich alle schon mal relativ stark, weil ich kann echt nichts mit Skinny Teens anfangen. Okay, dann sind wir schon mal safe. Ja, also gut gemacht, Jungs. Ich glaube, drei und vier finde ich am stärksten. Eins ist halt diese Basic Cargo. Ja. Was hast du so in deiner Tasche drin? Eine Sonnenbrille. Ich sehe ein Tattoo. Ich sehe ein Tattoo. Ähm, ja. Und ein Handy. Zeig mal dein Tattoo. Ähm, ja, also das hat mehrere Bedeutungen. Meine Oma ist vor nicht allzu langer Zeit gestorben und dann habe ich mir halt hier ihr Jahr, ihr Geburtstag tätowieren lassen. Ähm, ich bin halt Christ und, ähm. Vala? Ich dachte, du wärst Buddhist. Leute, er hat da Jesus und ein riesiges Kreuz so unten nochmal bei der Uhr auch nochmal drei Kreuze. Also ich bin halt Christ. Ja, man muss so ein bisschen spekulieren, ne, in welche Richtung geht das? Leute, hättet ihr die Religion erkannt? Seid ehrlich. Seid ehrlich. Das Tattoo ist noch nicht ganz fertig, weil das unfassbar Schmerzen waren. Aber, genau, Löwe. Ich habe am 8.8. Geburtstag. Oh, ich mein Vater. Ja. Er hat einfach kurz alle, er hat wieder einen Vater Geburtstag. Okay, aber Tattoo ist positiv oder negativ? Oh, 8.8 ist aber stramm. Das ist ein geiles Datum. Ich merke allgemein Datum, ähm, also die Kombination, wenn die Zahlen Sinn ergeben. Wenn es zum Beispiel ein Geburtstag hat am 27.03. Das ergibt für mich nicht so Sinn. Warum? 27 plus 3 ist gleich 30. Okay, ich habe jetzt irgendein, oh Mann. Meiner, 30.12, das macht absolut keinen Sinn. Ja, aber das ist ein Tag vor Silvester und so bla bla bla, weißt du, das ist auch nochmal ganz okay. Ja, ich wollte nur für die Leute, die alle so ein beschissenes Datum haben, weißt du? Ja, ja, ja. Weil meinst du ja richtig krass. Ja, aber 18.9. 18.9. Weißt du, ne, 1 plus 8. Fuck. Fuck. Ich bin immer Puffert. Nein, das ist nicht wie 28.3. Ja, das ist doch keine Geburtstage aufgezählt. Das ist ja ganz gut. Am 22.04. hat meine Freundin Geburtstag und ich konnte es mir so gut merken, weil 2 plus 2 ist 4. Verstehst du? Oder ich habe am 12.02. Das ist wirklich 12 und 2. Also, weißt du, das ist 12.02.2002. Alles mit 2 an. Stell dir vor, du hast einfach random Zahlen. Ne, magst du nicht? Ich mag's. Aber? Ich sehe ein Aber. Ne, also ich bin blutiger Atheist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein totales Auskriterium ist. Aber das war jetzt das Einzige, was ich gedacht habe. Nein, überhaupt nicht. Ne? Nein. Also, Leben und Leben lassen. Und ich meine, wenn du dich irgendwann mal vielleicht dafür interessieren solltest. Aber es müsste doch den einen eigentlich, also der, der gerade redet, der so Christ ist und so, das müsste doch eigentlich stören, oder? Ne, der redet ja gerade. Ja, ich weiß. Ich weiß, er sagt, nein, ist nicht so. Wenn jetzt hier ein Mensch ist, der ist Atheist und so, das juckt mich nicht. Ich glaub an das, was ihr wollt, sowas. Ich glaub an das, was ich will. Aber im Dating, wenn es so Richtung Beziehung und sowas geht. Ja, und wenn es so ist, dass er wirklich überall Kreuze und sowas hat, dann muss er ja wirklich dran glauben. Nein, nicht nur das. Wenn er Atheist ist, das geht gar nicht dann bei mir, wenn es Richtung Daten geht. Was, wir reden gerade voll aneinander vorbei, aber ich weiß, was du... Vorbei, aber wenn nicht, dann muss ich die eine oder andere Hilfestellung. Ich muss auch niemanden belabern oder sonst irgendwas. Okay. Gut, dann hätten wir das schon mal gecheckt. Du hast Fragen mit. Ich hab Fragen mit. Ich würd gern wissen, was ist eure eigene Red Flag? Okay. Oh, das ist eine gute Frage. Was denn bei mir? Was ist meine Red Flag? Ey Leute, hört ihr das? Ganz kurz. Seidum. Hört ihr das? Warte. Ja, hundertprozentig. Wie hört sich das an für euch? Warte ganz kurz. Ey, bestimmt richtig geil, oder? ASMR. Cool. Hört sich das gut an. Hört mal. Darf ich auch mal? Ich glaub, das hört sich richtig geil an. Oh, du verkackst natürlich jetzt. Und jetzt Leute mit Rauschen. Weil ich seh so das Klebeband. Ich denk mir so, das hätte bestimmt keiner mehr ein Mikrofon. Ich dachte, du würdest mir das über den Mund kleben. Ich hab bei First Dates meine... Es ist Spardot. Lass mal drauf. Wann? Mach nochmal. Vor ein paar Monaten. Und da hab ich mir meine First Dates, meine Red Flag. Lass du, so ist einfach von Balenciaga die Models. Kennst du? Einfach so random Sachen. Einfach Klebeband hier. Auch über Augen und so. Und das ist einmal, dass ich nasse Hände hab. Noch ein Schwitzer. Noch ein Schwitzer. Ja, ja, ich hab auch nasse Füße. Das ist echt furchtbar. Bei diesen Plastikschuhen, Digga. Ja, okay. Was war noch? Ist okay. Genau, ich werde schnell zickig, wenn ich so ein bisschen getrunken hab. Ja, aber egal. Lass mal, es geht ja nicht um mich. Nummer 1. Du hattest... Ne, wir fangen bei Nummer 4 an. Ja, meine Red Flags, jetzt aufgrund der Ex-Freundin, war es zum Beispiel, dass ich zu viel Zeit bei meinem Sport verbringe, obwohl ich damit meine Brötchen verdiene. Und dann kann ich mich zur Zeit anschließen. Ich hab schwitzige Hände und leider werde ich auch ein bisschen zickig, wenn ich Hunger kriege oder so. Ja, boah. Das werden wir alle. Und ich wollte gerade so sagen, das werden wir doch alle. Nein, aber das bist nur du beim... Also wenn du kein Essen hast, lange Zeit, dann wirst du zickig. Deswegen, aber ich finde gut, dass du... Aber auch wir alle, oder? Ja, 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 ja. Aber ich wollte nur sagen, ich finde es aber auch gut, dass du so daran arbeitest, weil sobald wir in der Stadt sind, geht Tutti jede 10 Minuten sich irgendwas zu essen holen, Leute. Weil da kommt es gar nicht zum Zickigen, weißt du? Und deswegen... Eigentlich, wenn wir in der Stadt sind, bevor wir irgendwo hingehen, sage ich erst mal, lass schnell irgendwas zu essen. Lass was essen. Lass was essen. Und dann sind wir in der Stadt, waren in einem Laden. Lass was essen und so. Ich finde das auch gut, weil da muss ich es nicht ansprechen. Du machst das immer für uns. Ja, aber du magst auch zu essen. Ja, ultra. Du machst das ja für uns, sage ich ja. Und dann, wenn wir... Oh, Mann, Tutti. Ja. Ja, scheiße. Wenn wir mit der Familie sind oder so, die hassen das an mir, weil die sagen, kannst du einmal rausgehen, ohne zu essen oder so? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich habe auch immer Hunger und ich denke mir immer so, oh, wann fragt Tutti und so. Ja, dann klinge ich immer nur ärgerlich. Ja, das hält mich auch so ab. Das ist auch geil ein bisschen so. Dann frag du doch auch noch nächstes Mal. Nimm mir mal ein bisschen Last ab. Du hast schon das Image, das ist schon mal gut. Ich werde auch krampen, wenn ich richtig... Hungry. Ich habe noch ein Problem, ich muss pünktlich sein. Ich hasse es, unpünktlich zu sein. Boah, das ist keine... Aber Leute, wirklich, ich glaube, das ist auch eine Red Flag von mir, wenn ich nicht pünktlich bin, also wenn ich zum Beispiel so fünf Minuten zu spät bin, es ist... Löst was in dir aus. Nein, ich kriege so Panik. Ja, ja. Weil ich sehe immer, wie ich reinkomme und sage so, aha, ich hatte einen Termin, sagen die fünf Minuten und ich kriege so voll Ärger und ich kriege so Panik. Und mit dir und Mommi ist das ganz schlimm, wir sind immer überall zu spät, also wirklich. Und ich denke mir immer so, fuck, ich kriege immer so Panik. Ja, okay, aber es ist gar nicht schlimm. Bei Terminen, wo ich weiß, ich könnte eigentlich so ein bisschen zu spät kommen, aber es ist nicht so geil. Ja, oder bei Freunden, da ist es leider, ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie so ein Defizit von mir, ich komme immer zu spät. Nein, da kriege ich nicht so Panik, aber bei so Tarnatoren. Aber so wichtige, wichtige Termine. Oder beim Amt oder sowas. Ja, da bin ich zehn Minuten früher da. Ja, wenn wir zum Beispiel beim Amt irgendwas, keine Ahnung, gell. Ja, normal, draußen rauchen. Ja, nee, also wirklich, wir sind ein, zwei Minuten zu spät, ich bin so, Panik. Das finde ich richtig gut, also ich kriege wirklich die Krise, weil ich finde, so Zeit ist so wertvoll, es ist so respektlos. Ich kriege dann so einen inneren... Ja, ich meine, Zeit ist die wertvollste Ressource und wenn dann jemand eine Stunde zu spät bei mir kommt, da sage ich auch, du, dann gehe ich. Ich nehme alles zurück, Chris. Du bist süß? Ja, am Arsch. Nummer drei. Süß ist was anderes, ne? Süß ist was ganz anderes, mit dem anderen Shirt vielleicht. Also meine Red Flag ist, dass ich ein bisschen tollpatschig bin. Und deswegen... Tutti ist so tollpatschig. Leute, als wir das Auto neu geholt hatten... Oh mein Gott. Tutti hat... Wir haben doch so einen Umhang bekommen und so eine Schleife, aber man musste da von da, wo man den Vertrag unterschrieben hat, der feine Linie, bis zu dieser Halle laufen und das waren nur so zehn Meter oder so, vielleicht zwölf Meter, ja? Das waren so 200 oder so. Ja, das war nicht so weit. Oder so... Du bist die Treppe... Wir sind hoch und dann einfach durch. Ja, durch das ganze Lager. Ach, scheiß drauf, Heide. 50 Meter maximal. Tutti hat den Schlüssel dreimal fallen lassen. Beim ersten Mal... Schwöre. Wirklich. Tutti hat... Beim ersten Mal habe ich so gesagt, sie ist so tollpatschig. Beim zweiten hat Tutti so gesagt, oh, jetzt reicht's aber. Beim dritten Mal hat der Typ gesagt, ich hab das Auto an die Falschperson verkauft. Was hab ich da getan? Hat er gesagt, alle guten Dinge sind drei. Und da habe ich so gesagt, sorry, das ist so tollpatschig. Da heb ich so den Schlüssel hoch. Also der Schlüssel sieht so aus. Dieser Schlüssel, ich hab schon... Guck mal, der hat schon Kratzer. Du bist gekratzt. Oh Leute, bitte. Was? Seht ihr das? Ich hab schon voll Kratzer reingemacht. Wie dumm, oder? Leute, erst mir so... Boom, boom, boom. Und dann beim Aufheben Handschelle nehmen. Beim dritten Mal beim Aufheben ist es beim Aufheben nochmal so gefallen. Aber das hat man nicht so mitbekommen. Das war ganz schlimm irgendwie. Einige unangenehme Situationen manchmal entstehen. Ah, okay. Ich dachte, wenn Tutti sich auf irgendwas stößt, Leute, dann macht die so... Aua, aua. So, die macht immer so... Ganz kurz. Die sind doch rege so wackelein. Guck, die macht so. Zum Beispiel macht die so. Zum Beispiel, ich mach so... Ah, scheiße, ey. Oh, nee. Ich tue die Leute immer so. Hey. Das ist genau so. Halt die Presse. Leute, wirklich. Oh mein Gott. Original. Nein, und dann... Er hat dann gesagt, okay, steigt jetzt ins Auto und dann könnt ihr rausfahren. So, und der Ausgang war wirklich so ein bisschen eng. Bro, wie kommen die großen SUVs da durch? Da bin ich auch schon Schwierigkeiten. Und er hat dann nicht so gemacht, so, ja, Bro, sie hat Führerschein und so, sie kommt da locker durch. Er hat mir so geholfen, weil ich so dachte, dreimal Schüsse fallen lassen, wenn die mir jetzt hier kratzt, gell. Er hat mir richtig geholfen. Und sobald sie weg waren, der so... Bro, ich will nichts mit dir zu tunern. Mal eins. Ähm, ja, so eine richtige Red Flag habe ich jetzt nicht. Aber, ähm, ich würde behaupten, also ich kann sehr, sehr gut kochen. Und ich liebe kochen. Papa war viele, viele Jahre Koch als Beruf. Kochen. Ja, meine Red Flag ist, dass ich gerne... Du sagst, mein Papa war sehr viel Koch, also hat sehr viel, also, er war Koch. Ich kann länger essen und mir halt Zeit dafür nehmen und manchmal ist halt für Freunde... Aber Männer, die kochen können, auf die 1. Männer, die kochen können, auf die 1. Das ist aber am Ende des Tages, äh, wird sich wieder so gut. Und er liegt und chillt, chillt. Du hast keine Red Flags. Das sind die Leute, die man beim Bewerbungsgespräch direkt rausschmeißt, ne, wenn man sagt, man hat keine Schwächen. Ah, okay. Nee, ähm... Also, äh, sag mal, ich bin zu gutmütig. Ich bin eigentlich immer... Boah, das ist... Der ganze Typ ist gerade für mich eine Red Flag. Er kann sich nicht so widerspiegeln, dass er eine Scheiß-Sache an sich findet. Das ist eine Red Flag. Ich habe mehr Red Flags als Green Flags, das ist mal im Ernst. Tote, das stimmt nicht. Aber Leute, ganz kurz... Ja, Leute, ich bin so scheiße. Bitte sag mir, dass ich geil bin. So als Schwächen nennen. Schwächen. Schwächen. Das ist... Das ist so... Später dieser Noah im Zug als Erwachsener. Ey, ihr müsst dieses Stream anschauen, wenn der online kommt. Leute, ganz kurz. Anstatt er so sagt... Guck mal, er sagt Schwächen, ja, so. Dann fallen mir ein paar ein. Leute, er sagt so Schwächen... Das ist so einer, der wird von der Mutter gepusht. Die sagt, du bist der Beste. Keiner ist so krass. Du hast keine Fehler. Du bist der allerbeste und bist so geil. Die anderen sind immer der Fehler. Ja, ja, Leute, ihm fällt nicht eine Sache ein. Bro, das ist hart. Das ist hart. Was hast du gesagt? Boah, mir fällt echt nichts ein. Also ich will jetzt nicht... Ich will jetzt... Ich will jetzt nicht... Okay. Also ich müsste jetzt wirklich mir was aus den Fingern saugen. Was sind meine Schwächen? Ja, ich habe kein... Also bei mir ist es manchmal so das Taktgefühl. Also so tanzen kann ich halt auch nicht so gut. Das kann man ja lernen. Ja. Ich habe mal überlegt, ob ich mal so einen Tanzkurs mache. Eins raus. Aber alleine bin ich so... Eins raus. Zeichen. Die sollen sagen, was das ist? Genau. Sagt mir, was ihr seht. Bitte ohne meine Feierlinie. Kennst du das? Ja. Die Schlange hat, glaube ich, einen kleinen Elefanten gegessen. Kennst du das? Nein. Kennst du das nicht? Doch. Ich mache so einen Kack nicht. Doch. Man denkt, es ist ein Hut. Dabei hat eine Schlange so einen kleinen... Ich dachte, als erstes. Machen wir klein. Oder an Aktien. Aber da habe ich doch vorne die Augen... Ich hatte doch vorne das... Was? Es ist so... Ich weiß nicht mehr, was hier nochmal das Ding war. Aber ich glaube, viele denken erstmal an einen Hut. Dabei hat eine Schlange einen Elefanten verschlungen oder so. Irgendwie sowas. Oder, Leute? Aber warum bringt man das hin? So, wenn ihr es wisst, dann gebt ihr einen Daumen hoch. Aber sprengst nicht aus, was es ist. Und dann reichst du es gerne dem Dritten weiter. Nichts sagen. Achso. Achso, okay. Okay, habt ihr alle gesehen? Macht mal Daumen rauf, Daumen runter. Wenn ihr wisst, was es ist. Daumen rauf. Und der letzte. Warte, ich sehe es nicht. Ich könnte was fragen, aber ich weiß es halt nicht. Okay. Mal fragen von hinten an. Ich glaube, Nummer drei weiß es relativ sicher. Oder Nummer drei? Also ich habe zwei Vermutungen. Warte kurz. Wir müssen überlegen, wie wir das jetzt anstellen. Also ihr müsst, ihr nennt mir nicht den Kontext, sondern das, was es ist. Es geht nicht um den Kontext, sondern das, was auf dem Bild abgebildet ist. Okay. Okay, ja. Also ich denke, das ist ja so ein Dinosaurier. Ja. Okay, Nummer eins. Aber ich würde sagen, das ist eine gefräßige Schlange. Okay, Nummer vier. Also mein erster Tipp war jetzt irgendwie auf einer Rennstrecke von der Formel 1 oder so. Aber dann absolut kein Plan. Vielleicht irgendwas mit einem Auslandsziel von ihr oder so. Nur eins weißt du. Das ist eine Schlange. Das ist ein Tier, oder? Es ist mein Kindheitsbuch. Also der kleine Prinz. Ich glaube eigentlich... Das ist von kleinen Prinzen. Jetzt weiß ich wieder von wo das ist. Von kleinen Prinzen. Scheiße. Das ist eine Schlange, ein Elefanten oder irgendwie so. Guck jetzt. Cedric, oder? Nee. Einfach der kleine Prinz. Also das ist das Buch, der kleine Prinz. Ja, den habe ich auch gelesen. Das ist so ein Buch für mich. Das lese ich eigentlich so einmal im Monat. Und je mehr ich in irgendeinem Status meines Lebens bin, desto anders verstehe ich dieses Buch. Und das ist eine Schlange, die einen Elefanten gefressen hat. Ich werde im Dating weiter. Ich werde im Dating weiter. Hundertprozentig. Ey, führ mich aus. Schreib mir auf Instagram. Leute. Leute. Das Allgemeinwissen ist das. Ja, eins am nächsten dran, ne? Das ist Intelligenz. Ich lese halt super viel. Sherlock Holmes. Ich bin mein Partner auch. Ich bin krass. Ich hätte ja jetzt noch den kleinen Prinz gekannt. Das wäre ein populäres Buch. Ja, wie komme ich denn jetzt darauf, dass irgendein Prinz Cedric heißt aus irgendeinem Buch? Heißt der kleine Lord? Der kleine Lord. Der kleine Lord. Gibt es auch das? Ja, ne? Scheiße. Mann, Mann, Mann. Sag mal, hast du ein großes Ego, du kleiner Prinz? Ja. Ja. Was soll ich sagen? Also, ja, Leute. Nein. Okay. Ja, wir haben unsere Antworten. Eine Rennstrecke erst mal gedacht. Er dachte, das ist eine Nummer drei. Was hast du gesagt? Dinosaurier. Dinosaurier. Nummer eins hat gesagt, eine Schlange, die was gefressen hat. Es ist alles gut, weil es ist, keiner hat gesagt, es ist ein Hut. Das sagen die Erwachsenen in dem Buch. Das dachte ich auch als allererstes. Ich habe doch gesagt, alle denken immer, es ist ein Hut. Ich weiß nicht mehr den Kontext, weil ich habe es zuletzt gelesen als Kind. Aber alle denken, die Erwachsenen zumindest, es sei ein Hut. Aber die Kinder sehen, es ist eine Schlange, die einen Elefanten gegessen hat. Aber ich habe auch eine Schlange gesehen. Wegen dem Auge, ja. Ja, genau. Du bist durchgefallen. Ich bin Red Flag. Ja. Okay, dann schmeiß uns jemanden raus. Ja, ich würde leider sagen, die eins, weil das mit den Schwächen, das hat mich ein bisschen entwickelt. Red Flag. Das war zu viel, ne? Sorry. Okay, Nummer eins kommt gerne einfach nach vorne. Boah, der ist einfach, aber Rathen ist trotzdem draußen. Sorry. Freut mich. Grüß dich, hi. Alles frisch? Alter, die macht so rum ihn zu ihrem Arm, er nimmt die Hand und schüttelt sie. Das ist krass. Das ist noch eine Red Flag. Das ist krass. Wie läuft? Alles gut. Ja? Ja. Geil. Du kannst dich echt gut verkaufen. Das muss man echt sagen, ja. Aber ich glaube, beim Bewerbungsgespräch würdest du... Hattest du schon mal ein Bewerbungsgespräch? Ja, klar. Weil ich hatte tatsächlich sehr wenige, aber da wird dir ja auch manchmal die Frage gestellt, was deine Schwächen sind. Und wenn man dann nichts antwortet, dann ist das für einen Chef so eine Sirene mäßig, ne? Aber wenn dir nichts einfällt, ist ja im ersten Moment gut. Ja. Das ist halt schwierig. Aber denk mal nochmal drüber nach, vielleicht fällt dir noch was ein, dann blenden wir es hier ein. Eigentlich sprichst du dein Selbstwertgefühl. Eigentlich sprichst du dein Selbstwertgefühl. Ich bin sehr positiv. Ich finde es sehr gut. Und ich muss wirklich, hätte lügen müssen. Ja, nee. Und deswegen, ja. Ja. Geil. Eigentlich ist es eine schöne Antwort. Eigentlich ist es eine schöne Antwort. Ja. Es ist halt alles so negativ. Ich weiß nicht. Für mich, nicht unbedingt ein Red Flag, aber die Schwächen zu wissen. Wie willst du an dir arbeiten, wenn du nicht deine Schwächen kennst? Oder jeder hat Schwächen. Es gibt keinen perfekten Menschen. Nobody's perfect. Will der jetzt sagen, Hannah Montana hat gelogen. Oder er sagt, ich hätte da lügen. Hannah Montana hat jetzt gelogen. Nobody's perfect. Jetzt somebody's perfect. Will der jetzt sagen, Hannah Montana ist ein Hund. Soll er machen, soll er machen. Er will sie jetzt zum Mund machen. Dann muss er erst mal an uns vorbei. Ja. Ich denke mir halt so dann, okay. Man darf auch mal positiv denken. Ja, voll. In die Richtung. Ja. Okay. Actually, gut. Dann kannst du gut. Sehr unangenehm das Gespräch. Danke dir. Macht's gut. Ciao, ciao. Das Finale. Du darfst dich einmal wieder zu mir gesellen. Wir sehen Fits. Komplette Fits. Einen grünen Partner hast du. Boah, der linke ist cool. Nein. Wir haben noch mehr Tattoos. Filigran. Der linke passt besser. Bis rough mit Uhr. Ja, sag gerne, was du denkst. Nummer drei hast du Tattoos? Nein. 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 Okay. Darf ich fragen, wie alt du bist? 19. Okay. Ich wollte 19 sagen. Es ist der Style. Aber wie alt ist sie? Es ist der Style. Ich weiß nicht. Ja, klar. Vier. Wie alt bist du? 28. Oh, ich wollte 23 sein. Wie alt bist du? 23. 21. 21, okay. Wie alt war dein ältester Freund? 27. 27. Sechs Jahre. Sechs Jahre. Ach nee, wahrscheinlich schon ein Jahr her oder so. Genau, das war jetzt 20. Okay. Ich habe zwei Fragen. Vielleicht könnt ihr die direkt im Anhang beantworten. Also zusammen einmal Freiheit oder Sicherheit und raucht ihr. Okay. Freiheit oder Sicherheit? Ganz klar Freiheit. Ja. Nummer drei. Also ich würde auf jeden Fall zur Sicherheit tendieren. Aufgrund dessen, weil wenn man keine Sicherheit hat, hat man auf eine gewisse Weise eine eingeschränkte Freiheit. Das stimmt sogar. Beispielsweise jetzt, wenn es keine Gesetze geben würde, könnte halt jede Person etwas einem antun. Und dann wäre die Freiheit auch wieder eingeschränkt. Es ist definiere Freiheit. Heißt Freiheit, keine Gesetze zu haben? Oder heißt es Freiheit, dein Leben zu leben, wie du es möchtest, ohne Probleme? Oder was heißt Freiheit? Das ist das Problem. Ja, aber guck mal, Freiheit heißt keine Gesetze, dann würde ich das nicht leben. Aber stell dir mal vor, Freiheit, du darfst nur in einer bestimmten Straße bleiben, in deiner Wohnung, in deinem Haus oder so. Verstehst du? Du dürftest nicht raus. Und dafür bist du für immer sicher. Oder du darfst überall hingehen, aber dann bist du nicht sicher. Verstehst du? Keine Ahnung was. Aber soll ich mal was sagen? Wir können kämpfen, das passt. Wir können kämpfen. Nein, das war im Ernst. Du bist nie sicher. Du weißt doch nicht, was passieren kann. Ich kann jetzt hier rauslaufen. Du bist auch heute nicht sicher. Ja, ich kann jetzt hier rauslaufen. Plötzlich fällt was von oben. Ich sterbe, ja. Trägt. Und ja. Und rauchst du? Ob ich rauche? Ja. Nein. Vapest du? Nein. Shisha? Nein. Was gibt's noch? Snooze? Nein, nein. Nix. Okay. Drogen? Nummer vier? Der ist neunzehn. Ja, aber du kannst ja alles sein. Du dich linsen. Du dich linsen. Nummer vier? Also bei mir würde ich sagen, ist so 50-50 Sicherheit und Freiheit so eine Mischung, was beide macht. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich die Freiheit nehmen, weil die Sicherheit finde ich, die kann man sich erarbeiten durch die Freiheit und rauchen. Nein, auch keine Drogen. Ich muss regelmäßig Tests machen bei mir im Sport und ja, aber ich nehme, wie noch dazu gesagt wurde, ich nehme. Okay. Aber für die richtige Partnerin würde ich auch aufhören. Ich habe als letztes gesehen, so einen Zahnarzt, ne, für alle, die nicht wissen, was Snooze ist, das ist so Kautabak. Den schief man sich hier, so hinter die, also hier, hinter die Lippen, ans Zahnfleisch. Weil durchs Zahnfleisch, das sind ja diese Schleimhäute, wie heißt das nochmal, gelangt es direkt schnell ans Blut, irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. Jedenfalls Snooze, Leute, habe ich in der Schule gesehen, so viele haben bei uns damals Snooze genommen. Ich war immer so, ich habe gesehen, dass einer gesagt hat, so ein Zahnarzt, dass wenn du zu lange und zu oft Snooze nimmst, dass deine Schleimhäute hier sich irgendwie wie so auflösen. Die gehen richtig kaputt und deine Zähne können dann rausfallen. Sogar wenn du Snooze aufhörst zu nehmen, auch Jahre danach können deswegen deine Zähne rausfallen. Deswegen, Leute, kein Snooze nehmen, wirklich. Weil das Zahnfleisch, die ist dann wie instabil geworden und dann können die da rausbrechen. Wirklich, Leute. Leute, nehmt kein Snooze. Das ist so unnötig. Das ist nur, um cool zu sein. Also für dich würde ich alles tun. Nee, okay, ich check. Werdet ihr gern berühmt? Also was heißt berühmt? Zieht ihr viel aus externer Bestätigung. Aha, ja, ich schon, ja, auf jeden Fall. Doch, ich mag das. Ja, ich meine... Gebt dem Video einen Daumen hoch. Können wir jetzt nicht bestätigen, wir sind schon weltbekannt. Von daher... Mach das. Shadow braucht das. Shadow. Shadow. Ich bin da ziemlich offen. Shadow. Shadow von der Arze. Ich ziehe einfach mein Ding durch. Shadow. Shadow. Aber du... Was hoch? Oh mein Gott, sorry, Leute. Nochmal, was machst du gerade? Ey, kannst du bestoppen halt. Und ich meinte im Intro, wir reagieren heute auf Shadow. Wir reagieren heute auf Shadow. Shadow. Ja, Prüster und ein duales Studium. Ich bin eine kleine Dori. Wirklich, ich vergesse alles. Achso, meinst du das? Ich vergesse, wie kleine Dori. Von Nemo. Das ist mein Twizler. Wenn er jetzt, sagen wir mal, erfolgreicher Fußballer wird, dann kommt das ja automatisch mit. Genauso beim anderen, wenn er irgendwann NHL spielt, dann ist er auch berühmt. Aber Nummer vier, was sagst du denn? Nein, ich möchte nicht berühmt sein. Aber diese externe Bestätigung, das, ähm, da ich es damals kennengelernt habe, gar keine Bestätigung zu bekommen, mit Mobbing und all so einem Kram, tut es hin und wieder auch schon mal ganz gut, von anderen Leuten gesagt zu bekommen, ey, das war mega top gemacht. Okay. Aber berühmt, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Finde ich gut. Kann ich nachvollziehen. Okay. Ja, ich glaube, die Entscheidung steht fest. Darf ich raten? Hm. Du willst den Jüngeren rausschmeißen? Ja. Ja, ja, ja. Okay. Das war klar. Nummer drei, komm einmal zu uns. Wobei, nein, es ist das Spiel. Ah, der sieht gut aus. Alles geht ab, alles gut. Ist nicht so meines, aber... Das ist alles im Patsch, Leute. Danke, Dore. Danke. Wie läuft's? Wie geht's? Wie... Ist sie dein Type? Wir können auch mal über dich reden. Der sieht voll nett aus. Die Jungs müssen ja auch erst mal hier... Ja, ist es auch völlig okay, wenn nicht, ja. Naja, also ich hab eigentlich keinen bestimmten Type, aber sie ist eine hübsche Frau. Warst du schon mal mit einer Älteren zusammen? Äh, nee. Ich hab tatsächlich auch keine Freunde. Ah, okay. Ah, wie süß. Das, okay. Schade, heute auch nicht. Ja, immer... Nicht mal. Ich geh hier gleich verlobt raus. Sag mal. Ich bin gespannt. Ich lasse euch auf jeden Fall gleich allein. Ich glaube, ich geh mit ihm jetzt mitschauen. Hm, mach das mal. Erklärt ihr das? Ja. Du schaffst das. Weiter, weiter. Wir sehen, das ist später. So, okay. Achso, ja, vier. Dann, äh, komm mal raus. Die pausen äußerlich eigentlich ganz gut. Die pausen äußerlich richtig gut. Ja, ausreichend. Ja. Ja, last man standing, ne? Ja. Ja, so sieht's aus. Aber danke auf jeden Fall. Ja, also, auf jeden Fall sehr geile Antworten. Danke. Das klingt, äh... Ehrlich? Ja, Ehrlichkeit ist immer eine gute Sache. Das, äh, ist korrekt. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie du zu den ganzen Dingen stehst. Ähm, ich hab die Fragen ab... Seht. Blond ist nicht ganz so mein Teil. Aber, ja. Haare kann man färben. Haare kann man färben. Blond sein ist nicht so schlimm. Was springst du gerade? Ähm, machst nein. Das war's mit dem Video, Leute. Ciao. Digga, war das unsofahrt. War ganz süß, war ganz süß, hä, war ganz süß. Checkt doch einfach mal unser Livestream ab. Hier, Twitch, J-Directional. Love you, boys. Digga, du hast das Auto so verkackt.